Er ist es. Wir sind die Geister der Annoziri. Die Wächterinnen der Ordnung. Und wir kennen dein Schicksal. Du wirst dem dunklen König helfen, das Amulett des Schläfers zu Selena zu bringen. Der letzten Überlebenden unseres Ordens. Und ihn dadurch erlösen. Er will es nicht tun. Er hasst den dunklen König. Wisse, wenn du dem dunklen König nicht hilfst, wird sein Schicksal ein anderes sein. Und die Welt ist dem Untergang geweiht.